Hallo zusammen, heute ist der internationale Tag der Gebärdensprache. Das Motto lautet, Gebärdensprachen vereinigen uns. Was ist damit gemeint? Einerseits sind da diejenigen, die Gebärden können. Aber was ist mit jenen, die diese Sprache nicht beherrschen? Dass diese mit einbezogen werden durch Angebote, wie zum Beispiel online mit SignWise oder durch Gebärdensprachkurse. So ist Inklusion gemeinsam möglich. Heute gibt es verschiedene Angebote, Events im Zusammenhang mit dem Internationalen Tag der Gebärdensprache. Ich wünsche euch viel Spass und Wohlbefinden an den heutigen Events.